Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Crew. Wir sind heute zu viert unterwegs, Bandit Bob ist mit uns dabei, wir haben es ja schon länger angekündigt, ich kann die Ansicht nicht einstellen, aber trotzdem ist links von mir hinter dem komischen Penner, der hier steht, fahr deinen Hobel beiseite, der Fischkopp. Hey Leute, ihr hier. Okay. Weißt du, mir wird vorgeworfen, ich will übersteuern. Genau, mir hat es auch nicht an, sagt. Ich habe eine neue Gitarre, die ist ein bisschen laut, tut mir leid. Ja, die ist ein bisschen lauter. Sorry, ich höre es, sehr gut. Klingt nach Ibanez. Hast du sofort rausgehört, als ich gerade von Gitarren. Sehr klar. Rechtsprobe ist der Jack Fleischhammer. Hallöchen, Popöchen. Endlich wieder Jack. Und vor mir, ja das finde ich auch, finde ich echt sehr gut. Und vor mir ist Bandit Bob. Hallo. Ihr seht, Bandit Bob hat ein, zwei Runden alleine gespielt. Wow. Sag mal, Bus, fahr doch vorbei, du Kerl. Warte, ich mache ihn kaputt. Okay. Ich mache das gerne. Oh nein. Okay. Okay, es geht nicht. Wir müssen andere Sachen machen. Wir müssen jetzt Sachen machen. Wir müssen jetzt ein bisschen eine Story mal vor... Beeil dich. Ja, ich beile mich. Oh, oh, oh. Jetzt wird es schon stressig. Kenas. Guck was. Jetzt macht doch mal. Ich will auch so eine Spiedstreifen haben. Spiedstreifen? Spiedstreifen. Spiedstreifen. Ich brauche Spiedstreifen. Spied, Spied, Spied. Spiedi. Spiedi González. Das habe ich ja auch schon gemacht, glaube ich. Auf jeden Fall bringt sie dir neue Runden. Das kann gut sein. Ich habe jetzt einfach mal... Alles für den Minyas, ne? Na ja, klar. Man muss ja auch den Armen und Schwachen helfen. Oh, was ist das jetzt? Okay, Jungs, seid ihr bereit? Könnt ihr euch erinnern an Folge 1 und Folge 2? Was? Folge 1 und Folge 2, könnt ihr euch erinnern? Von Harry und die Hendersons? Nein, von The Crew mit euch beiden und ihr. Nee, was war denn da? Oh, jetzt fehlt der Rat. Da war ich immer erster. Leider wird Werner's Bob gewinnen. Weil er das, was er hat. Alter, ich bedenke mich. Holt Bob raus, geil. Welches Level hat Bob? Äh, 50. 50? Lass mich durch, Bob. Lass mich durch. Rass mal, wer auf Satz 1 gerade steht. Bob ist viel zu schnell. Halt die Schnauze, Jackie. Ich kann... Guck mal, ich kann... Oh, 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 oh. Oh, nicht da ran. Oh, wie ihr rettet. Gott, der ist es. Ah, shit. Oh, mein Auto ist so schlecht noch. Im Gegensatz zu Bobs. Ich merke das schon die ganze Zeit. Aber ich kann schon ziemlich gut fahren mit der Tastatur, ne? Ja, finde ich auch. Nein, Bob. Nein. Fuck. Ich muss mal rausfinden, was auf der Tastatur die Taste ist, für sie sich auf die Strecke wieder raubtun lassen. Ja, lange drücken. R. R. Reload. Macht ja total Sinn, ne? Oh. Wie ne Waffe nachladen, nur halt als Auto und mit Straßen. Quasi. X, es ist exakt genau das. Was ist eigentlich Minyas? Was ist eigentlich Minyas für ein Platz? Dritter? Zumindest muss ich Minyas holen hier. Es gibt aber hier zwei rund. Ey, Bob, bitte überhol mich nicht. Tja, es ist ganz wichtig irgendwie auch. Ja, es ist ganz wichtig irgendwie, sagt er. Ey, ey, du, du nackt! Bob, du bist mein, 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 Junge, du musst mich, äh, abschirmen. Du bist ja halt zu zweifeln. Können wir, kann bitte irgendwer Minyas kaputt machen? Ich hab dich nicht abgelenkt, das war der andere, das war der NPC. Ich hab dich überhaupt nicht abgelenkt. Das ist aber schon relativ langweilig hier vorne. Du weißt schon, dass der Name drauf ist. Ach so, nein, 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 nein. Oh, hier, schlägt die Reihe ab. Ich habe das erste Mal Nitro genutzt in dem Spiel, ey. Was? Oh, nein, oh nein. Weg da, weg da. Bob, halten sie ab. Wow. Alter, scheiße, das ist scheiße knapp. Ich hab dich mal angeschoben. Danke. Darf man eigentlich hier mit so einem überpowerten Wagen antreten hier, Bob? Ich finde auch, Bob darf nicht mitspielen. Also, Bob darf nicht. Ich finde, Bob sollte sich irgendwie einen alten Wagen kaufen. Ja, der braucht ein Handicap. Damit er nicht lenken kann. Das Problem ist, der wird sonst so oder so schon eine gewisse Stufe haben, weil ich halt die Teile dazu schon hab. Kann man denn, kann man denn einen Trabi kaufen? Geht das? Hey, Utschutz. Ich hab gesehen, man kann sich einen Golf GTI holen, ne? Alter. Dieser fucking... Das war Glück. Das war Glück. Oh, nein, gib Gas, gib Gas. Ich hab's noch ein bisschen gedreht. Ja, ich hab's gesehen. Also, ein Anteil... Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Herbert. Hallo, Hupe. Was ist eigentlich mit der Hupe? Nächstes Mal kriegst du... Geht jetzt hier, Hupe? Wie geht das hier überhaupt? Auf welcher Riste denn? Ach, sag doch der. Uh, sag doch mal. Äh, drück mal R lange. Du kleiner Penner, Alter. Komm, komm. Welcher bin ich jetzt eigentlich? Zweiter? Ja, das war ein mieser Move von mir. Deswegen halt euch... Da seid ihr alle vor jetzt. Muss ich dich nachholen. Okay, aber Bandit, du musst jetzt kurz anhalten. Nein! Nein! Hier! Oh mein Gott! Nein! Ich hab die Kasse von mir gesehen, weil ich dich sehe. Oh, shit. Aber dass dich wieder zurücklegen auf die Straße ist gar nicht mal so schlecht. Nee, nee, es bringt dich auf jeden Fall weiter, aber es zieht dir in mancheneren Punkte ab. Punkte brauche ich nicht. Hauptsache, erster... Nein! Wer baut denn hier... Ja! Oh, fuck! Nein! Hauptsache, nicht. Hauptsache, nur Hintermorb. Die Zeit läuft, Jungs, die Zeit läuft. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's nicht, ich schaff's, ich schaff's. Komm, zweiter, zweiter Platz, komm! Kurt überholt mich nicht. Und voll Rinnenbob, ne, doch nicht. What? Kurt? Kurt war der andere. Kurt? Kurt? Ach, das gilt nicht. Kurt. Wir müssen die ganze Zeit auf, nochmal neu starten. Ich hab mich überhaupt nicht warm gefahren und ihr seid die ganze Zeit schon rumgefahren wie die Blöden. Nein, ich nicht. Deswegen hab ich auch verloren. So ein Quatsch. Aber Bob hat gewonnen, ja. Also, wenn Bob nicht mitspielen würde oder ein Auto hätte, was langsamer ist, dann hätte ich gewonnen. Ja, genau. Das ist wichtig. Du kannst mal schön... Minas, hast du eigentlich die Prüfung damit bestanden oder müssen wir dich... Ja, ist nicht, alles gut. Okay. Ich hab die wenigsten Punkte bekommen. Warten auf andere Spiele. Ich hab's schon gedrückt. Hast du denn Einschusslöcher an der Seite Bock? Ja. Bob ist ein ganz Harder. Oh, was ist jetzt hier? Nehme ich dir mehr als nur dein Gebiet ab. Genau. Nehme ich auch dein Milchgeld ab. Und schon dein Pausenbrot. So, ich muss ein bisschen das Spiel lauter machen. Ticken. Mann, pass doch auf, wo du hinfährst. Freunde, ganz ruhig. Bei der Handseite hier vor dir. Wo geht's denn weiter hier? Wo blinkt's denn? Dahinten blinkt's. Ah, jetzt. Einer muss reichen. So. Soll ich mal die nächste Mission markieren oder macht das Spiel das von alleine? Wie ist eure Erfahrung? Äh, bitte mach das. Bitte tu das. Also da, wo ich jetzt bin, da muss ich immer selber markieren. Okay, dann werde ich jetzt auch markieren. Ah, ne, Quatsch. So, markieren. Dann lass mich mal die Stufen hier nachgucken. Zwölf bin ich. Hierin ist zehn. Jack auch zwölf. Bandit gilt nicht. Ähm, ich würde sagen, wir fahren aber zu dem nächsten Ziel, oder? Äh, geht auch nur. Wo sind denn die Stufstreifen von Jacky hin? Die, was? Achso, ich hab wieder gewechselt. Wie hast du das denn gemacht? Über die mobile Garage kannst du wechseln. Mobile Garage? Da hin? Da kannst du dein Auto wechseln. Ja, ich hab dir einen Punkt gesetzt. Ihr müsst das so sehen, oder nicht? Okay, cool. Ja, ich seh was. Ja, dann dahin. Erster! Ich seh nichts. Falsche Richtung steht bei mir. Ja, Freundin. Wer Erster ist, kriegt zehn Mark. Okay. Von Jacky. So, lose. Du musst halt noch zehn Mark besorgen, irgendwo. Ach, irgendwo bin ich da so was. Ich hab letztens fünf Mark Stück gefunden. Echt? Fünf Mark Stück? Immer noch einen wechseln, ne? Ja, bei der Bank, irgendwie, ja. Ja, Mann. Ich dachte, nur Scheine. Das ist vom letzten Bankraub, das Geld. Du musstest ganz kurz hier die Lebenswürdigkeit angucken. Hab ich auch gemacht, ja. Wie schnell war es? Oh, hier piepst, hier piepst. Warte mal, hier piepst. Dude. Dude. Oh, nach rechts. Wir müssen mal das Teil finden. Wo? Warte mal. Ist das irgendwo auf einem Hof oder so, für Jack? Ja, ich fahr schon in die richtige Richtung. Bob, hast du schon diesen Wagen? Hast du schon 20 Teile gefunden? Ne, hab ich nicht. Wollte ich vielleicht noch machen. Hab aber erst sechs Stück oder so. Ich hab ihn. Ach, was ist denn jeder? Wo denn? Komm zu mir. Vom Hot Rod ein Teil. Ich möchte. Ich stehe jetzt. Ich möchte. Ich bin hier jetzt alleine unterwegs. Ich warte hier. Wo muss ich da rein? In den Schrotthaufen reinfahren. Wo? Hier. Wo denn? Hier? Ach, da. Weil wir piepst gar nicht. Das hab ich schon. Na ja, dann ist... Haha. Bandit? Warum bist du selber? Weil das die Rennedition ist. Die Rennedition. Bandit Bob hat schon alles, weißt du? Der gibt sich nicht zufrieden mit irgendwie. Alter. Mal wieder abgeht. Die fahren sich auch vielleicht ja, oder? Die Autos? Dann später. Geht also kurven, ja. Auf Straße, ja. Auf Straßen, ja. Boah, was ist ein Wobb? Das ist ein Wobb. Hey, Jack. Weiter. Pass auf, Hirny. Ja, ich hab ihn schon. Bisschen spät. Du hast es abbekommen, ne? Fucking Fleischklumpen. Heute mal keine fleischlose Folge, übrigens. Ja, heute mal... Wie heißt das denn nicht? Vegan. Eine carnivore Folge. Das heißt, wenn man Fleisch... Oh shit, da war ein Kür! Hier, Fischi. Fischi. Ja. Fischi. Oh nein. Oh nein, oh Gott, wie schneller er ist. Oh mein Gott, du Penner. Du dreckiger Penner. Du bist aber echt viel zu schnell. Du darfst gar nicht mitfahren. Warum fährt ein Bob eigentlich mit? Weil da so, denn Fischkopf ist gesucht. Ja, und ahne mal, weswegen. Doktor, ich hab mal alles rum hier. Jungs, Jungs, da kann man springen. Ja, bin ich schon, da hab ich Gold. Wo muss man denn hier springen? Oh, nein. Ja, da, wo Bob ich gerade von der... Da steht ganz groß springen. Ja. Und ich holen Platin. Was soll denn der Scheiß? Kurz vor der Sprungschanze. Du bist... Du wärst doch mal ein Kumpel mit mir, sag ich dir. Aber von hinten. Meine Fresse. Da fällt mir ein, ich wollte dich eh noch anschreien, ne? Was? Warum? Wegen der Rust-Nummer? Wo du mir die Hose ausgezogen hast? In der Aufnahme, wo wir 20 Minuten vorher eine Hose gesucht haben, weil wir ja aufnehmen muss. Okay, ich reg mich jetzt nicht auf. Ne, passt. Boah, sag mal, Bob, denn? Ne, ne, ne. Ja, ja. Das macht Laune. Was? Jetzt redet er, aber ich kann ihn nicht lauter machen. Liebe Zuschauer, ich krieg diesen In-Game-Song nicht lauter, dass ihr das besser hören würdet. Ne, The Crew ist auch... Ich finde, es gibt so viele Story-Spiele da draußen. Warum sollte man sich jetzt unbedingt die Story von The Crew anhören? Ja. Nein, nein, ich kann es natürlich verstehen, warum, aber nicht warum. Naja, das würde ich jetzt nicht mehr grundlegend ausschließen. So gut, das ist ja leider nicht, weil... Ne, ausschließen nicht, ne. Aber es ist ja natürlich... Das ist wie so ein Van Damme-Film, weißt du? Du weißt schon vorher, was passiert. Ne, das ist ein Steven Seagal-Film. Steven Seagal, der hat ja eine ganze Zeit lang nur noch einen Double verwendet, weil er sich einfach nicht mehr bewegen konnte, der Klops. Ne, mein Steven Seagal-Film ist so ein Riesen-Film. Wieso, wieso, was wollen die Bullen denn von mir? Habt ihr so mit Steven Seagal gesagt? Immer wenn ich den Namen höre, muss ich an so eine Riesen-Kampf-Möwe denken. Kampf-Möwe? Seagal. Seagal, ja. Mit so einer, weißt du, mit so einem Band um die Stirn, wie Rambo. Nur halt als Möwe. Das stelle ich mir sehr lustig vor. Kommit! So, Bandit, hau ab! Jackie, leicht gesucht. Wow. Fährt mehr hinten. Hey, was wollt ihr denn von mir? Ja, ich hab deine Bullen-Kumpels getroffen gerade. Soll ich die mal kaputt machen? Ja, bitte. So, Menjas, kannst du derweil mal bitte die Mission annehmen? Ja, ich würde gerne, aber die Bullen farben mich hier raus, weil Jackie Fleisch... Ja, dann streng dich mal an. Die sind verhaftet. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Sag mal, ich würde jetzt gerne mal die Mission annehmen. Ja, okay, ich bin wieder da. Fischkopf gesucht. Ist egal, wir starten jetzt. Jetzt starte schnell, 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 schnell. Starte schnell, schnell, schnell. Leute, das ist nicht lustig. Das geht ja nicht, weil Jack hört mich an so aus. Gut, dass Jack wieder dabei ist. Okay, wir die Bullen fischkopf jagen, los. Und annehmen. Annehmen! Jetzt, oh. Ich hätte mal warten sollen, ne? Der Bob hat's ausgerissen. Bob ist anständig. Bob ist ein Arsch! Oben kommt noch, Fischkopf wurde verhaftet als letztes Mal. Stimmt. Das habe ich alles schon gemacht. Ja, wir müssen ein wenig jetzt mitziehen. Ja, Entschuldigung, ich habe extra mit den Zuschauern das im Let's Play. Oh, was ist denn das? Oh, wieder Offroad. Sehr gut. Ich mag das. Ja, wir werden jetzt aber jagt. Ach, nee, nee, Ironclad Dash. Ich drück schon jetzt hier. Also, ich habe schon mal übersprungen. Ich glaube, da war ich gut drin. Ich weiß es nicht mehr. Probieren's. Wir brechen auf den Rekord. Hauptsache Bob. Bob hat die gleiche Karre. Das ist wichtig. Jetzt zeigt sich, wer wirklich fahren kann. Echt? Oh, ich bin durch die Menschenmacht und euch. Jetzt zeigt sich, wer Steven Seagal ist. Oh, boi. Oh. Oh, Hirni, was machst du denn da? So, wo? Ach. Oh, Kir. Bob hat dich weggedrückt. Nein, habe ich gar nicht. Doch. Nein. Bob hat dich weggedrückt. Ja, habe ich gesehen. Ich habe es genau gesehen. Das war Fischkopf. What? Na klar, wenn du so sprichst, ich kenne doch deinen Lügen. Alter, ihr könnt euch gerne die Folge mal angucken. Wieder jetzt. Was ist das? Das ist ein Flugzeug. So geil. Wir fliegen ständig Flugzeuge über einen rüber, wenn man das nicht so macht. Da, da, da. Da, da. Du bist hinten an der Stelle anziehen. Wow. Egal, was ich mache, ich bin immer langsamer. Ja, wie ich mich genau noch so verdreht, ey, im blöden Sonnenblumenfeld. Lass das Sonnenblumenfeld in Ruhe, das ist total nett. Ja, das ist total unaufgeregt. Scheiße, jetzt bringe ich mal rein. Bring! Nein! Nein! Bob! Du bist mir vorne reingefallen. Du bist mir vorne reingefallen. Oh, diesmal hier Winter und Sturz. Das kann nicht sein. Oh, nein. Nein. Warum ist ein Fischkopf so abgeschlagen? Wir sind nicht ein Fisch. Du, 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 du. Warten auf andere Mitspieler. Ich hasse es. Warten auf andere Mitspieler. Nein! Warten auf andere Mitspieler. Eine Minute Sekunde vorher bin ich durchgefahren. Danach, meine ich. Aber das Spiel macht das extra. Ja. Oh, Gold. Gold? Was gibt es jetzt? Bremsscheiben. Oh, die kann ich sogar noch nehmen. Einen Grip-Bonus. Bob, hör auf zu lachen. Fischi, hast du dir gerade wehtan? Ja. Ja. Kann man später eigentlich auch solche Autos fahren, wie wir jetzt gefahren sind? Ja, kann man sich irgendwie bauen lassen. Ich könnte mir schon ein Geländefahrzeug bauen lassen. Nee, das sieht aber nicht so aus. Nee, aber besser. So, was machen wir jetzt? So, nächste Mission. Eine haben wir noch. Wie einer hat man das? Seien Shots, ein Donut-Essen gemacht. Ey, der wollte gerade einparken. Geh weg! Mach doch nicht hier seine neue Haut. Ja! Ey, Bob! Alter, der hat echt zu viel... Der hat echt zu viel... Ja, 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 ja. Ah, nein, nein! Was machen wir da? Kinder hat auf zu spielen. Ey, das sagt Sturmy. Wir müssen uns unbedingt so entschuldigen. Oh, ich muss mal so was spielen. Oh, der bringt... Oh, man, die tun nichts bei den Männer. Ey, es gibt ein gutes Spiel. Es gibt ein Spiel. Die sind next, next car oder so? Ja, 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 ja. Ja, stimmt, müssten wir echt machen. Okay, wir machen jetzt hier ganz in der Nähe, Freunde... So ein Destruction-Derby holen. Nee, wir spielen... Wie heißt denn das, was man immer... Was man als Autorennenfreund immer spielt? Wie heißt denn das? GTA spielen wir dann bald. So, wir fahren jetzt da hin, los. Wo denn? Wieso fahren wir denn? Wieso Blitz reisen wir nicht? Weil wir fahren und dann passieren viel aufregendere Sachen. Okay! Du wolltest doch immer Action und das ist prima ja nur, wenn wir fahren. Ich mein... Oh, ich hab'n Polizei, äh... Oh, ich hab'n... Echt super. Ich hab'n... Was ist das? Ich hab'n... Falsche Ausfahrt. Strich nicht gesehen. Strich nicht gesehen. Jack! Oh, Jack! 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 Ich hab'n durchfahren. Ich hab'n durchfahren. War'n anderes Spiel. Oh! Was wollen wir da machen? Fahr' mal zu, ey! Dieses Ding! Oh, sch... Hätt' mir mal! Ich kann nicht! Die Bullen schieben mich in andere Fahrzeuge und sagen, ich hab' sie kaputt gemacht. Oh! Hier, die Fahr' mal zu, ey! Oh! Will ich nicht wegstoßen müssen. Hallo, Thomsen, du bist in Aufnahme, live dabei! Oh! Oh, shit! Oh, shit! Ich kann das Spiel nicht! Oh, nein! Nein, weg! Oh, schade, Silber. Ja. Ich hab' so gegolten. Das war Gold. Silber! Alter! Was geht hier ab, Mann? Das nächste Mal muss ich was sagen, wenn ich dich ein bisschen anstoßen soll, ne? Ich hab' das ganz gerne, aber nur, wenn wir nicht in der Aufnahme sind. Ah, von hinten. Wo seid ihr eigentlich lang? Ach, immer dieses Bremsen, wenn er ein neues Teil einbaut. Da ist es doch schon. Hier geht's los. Die letzte Mission für diese Folge von The Crew. Wieso darf ich nicht mitfahren? Geht hier los. Jetzt geht's los. Los, los. Muss nur bestätigen. Dann geht's los. Puh. Sehr gut. Auf geht's. Ich habe bestätigt. Ein Bußgeld von... Oh, wurde bezahlt 600 Dollar. Seid ihr bescheuert? Ihr klebt die Eier! Was, ihr klebt, Metti? Wir sollten jetzt auch Essen kaufen! Oh, wir sind jetzt schon wieder gelandet. Jetzt, 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 jetzt geht's richtig los, oder? Ist das nicht die letzte Mission, um im Westen dicke Eier zu kriegen und sein Fatou Ball zu bekommen? Nee, ja, jetzt... Jetzt werden wir gerade verfolgt, weil... Darauf gekommen, dass wir... Schützen! 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 Ja, vor... Wer denn? Wer denn? Nein, das ist Hirnige drin, oder? Hat einfach in diverse Richtungen geschaffen, ne? Nein, das finde ich nicht, links, 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 links! Ja, genau! Sie folgen alle mir, das finde ich super! Wir hatten diverse Richtungen! Wir müssen dich schützen! Okay, wir müssen die anderen also kaputt machen! Boah! 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 Ich bin... Wer ist da vorne? Wer ist da vorne? Wir hatten ja... Wir müssen nur abhauen! Wir müssen nur abhauen! Alles gut! Ne, wir müssen einfach... Au! Oh, shit! Die Bäume! Wie soll man das denn machen, bitte? Bell Bob ist gesucht! Wir müssen Bell Bob halten! Leck! Ui, das wär knapp! Leck! Bei mir ist alles stehen geblieben! Wir müssen wir nicht! Check in Flasch! Loll! Ich hab einen umgekippt! Oh! Oh! Oh ja, der ist hin! Der macht... Jetzt seht ihr oben die Zeit, die weg geht! Wenn die Zeit auf Null ist, haben wir gewonnen! Das wisst ihr ja! Ja, das Ding ist... Bei mir ist es glaube ich... Server mäßig! Was denn? Echt jetzt? Ich bin bei dem... Sag ihr mal dem Fahrzeug, das uns schützen soll! Ja! Ja, ich sehe auch dich davon! Weil ich bin genau hinter dem Auto! Geschafft! So! Sehr gut! Das reicht, wenn jemand aus dem Kreis raus geht! Deswegen sage ich... Geht weg! Gold! Hab's doch nicht gehabt! Du bist also so ein Glitch-User, ja? Nein! So geht das! Darum geht's in diesem... Spiel! Nicht Glitch! Das ist doch kein Glitch! Fucky fucker! Ihr hättet jetzt Platin gemacht! Für den Stürz und Check! Ja, na klar! Dank Bob ist das jetzt praktisch Gold! Wir danken! Und Kushi hat wieder nur irgendwie... Probleme mit Leck und so... Woah! 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 Sind wir jetzt fertig? Okay! Ich bin okay! Schätze! Schätze! Ich bin okay! Schätze! Ich muss hier weg! Schätze! Die Dialoge sind nicht gestärkt! Ja, ich schätze mal, wir sind am Ende einer Folge! Herschel, Craig! Nein! Herschel, Craig! Herschel, Craig tritt auf den Plan! Nein! Oh! Oh! Wir kommen rüber! Wir kommen rüber! Aber es ist in der nächsten... Es ist jetzt! Wir müssen nach Chicago zu Herschel! 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 Ihr Lieben! Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da! Wir sehen uns zur nächsten Folge von The Crew wieder! Und das schon in der nächsten Folge! Tschau! Tschüss! Tschau! Hahaha!